Ich glaube, ich spinne. Das heutige Video ist nichts für schwache Nerven. Die ultimative Animal Crossing Spinnen-Fail-Edition startet jetzt nach dem Intro. Ihr Biss kann dich ins Koma bringen. Auch in Animal Crossing gibt es giftige Spinnen. Sie sind verdammt wertvoll, aber auch wahnsinnig gefährlich. Dicken Dank an alle, die mein letztes Video so gefeiert haben. Den Link dazu gibt es nochmal in der Beschreibung. Heute lege ich noch einen drauf und serviere euch meine Spinnen-Fails. Beim zweiten Fail war die Spinne wohl offensichtlich besoffen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Lust auf eine wilde Verfolgung sagt? Die Spinne ist sehr, sehr hartnäckig. Die Spinne ist sehr, sehr hartnäckig. Auch Spinnen können lebensmüde sein. Die nächste hat sich gleich selbst geopfert. Beim letzten Fail hatte die Spinne wohl keinen Bock mehr, mich zu verfolgen. Ich hoffe, da waren für euch einige Lacher dabei. Mit einem Abo und einem Like zeigt ihr mir, dass sich die ganze Arbeit für mich gelohnt hat. Danke fürs Zusehen und bis dann. Euer Jarlen.